Vorgrim, fang den Ogre mal ab. Ardo. Ordentlich drauf. Kugelblitz. Auf die Gangkampf-Orgs. Weckfalt hier, Pfeilers. Ups. Vor mir Nictus. Ardo. Ja. Du kannst ne Brandzeile auch machen. Okay. Na? Pfeilers sollte langsam wieder aufstehen und vorgrim heilen. Da war die Heilung zu spät. Okay, dann heißt es jetzt erstmal wegrennen. Machen wir es so wie bei der Brücke. Erstmal taktischer Rückzug. Der Pfeilers ist jetzt auch abgekratzt. Wie lange verfolgen die uns? Okay. Ardo versorgen. Pfeilers versorgen. Vorgrim versorgen. Das ist definitiv ein harter Kampf. Wir haben gerade mal zwei Orgs getötet. Sind ja nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Orgs und ein Ogre. Und die beiden sind noch nicht ganz wieder auf dem Damm. Ja. Das merke ich gerade. Okay. Die beiden Fernkämpfer feuern auf Ardo. Der Ogre wird jetzt mal... großzügig ignoriert. Ich versuche sie mal mit dem Befreiung zu sparen. Pfeilers wird auch von zwei Angegriffen. So, die Fernkämpfer weg. Aua. Pfeilers hat ich selber. Okay. Erster Fernkämpfer weg. Ja. Ja. Für den Kaiser. Ja. Angriff. Was? Pfeilers schon. Ja. Bei meiner Treu. So, den da weg. Äh, frag den... Ja. Den da mal weg. So, jetzt kannst du von mir erst auf den Ogre losgehen. Ei. Äh, frag den Niktus auf den Fernkämpfer. So, jetzt sind Wunden gegen den Ogre. Äh. Das hat mich jetzt umgehauen. Und das hat mich jetzt getötet. Ja. Bei meiner Treu. Was? So, noch eine Wunde gleich hinterher. Und dann steht er nicht mehr lange. Einmal eine Heilung auf Vorgremssicherheitshalber. Hier könnte ich noch mal ordentlich raushauen. Ei. So, das war das Org-Klager. Aber scheinbar war das nicht das Einzige. Trotzdem, wir haben es schon mal geschafft, die Orks hier zu töten. Das bedeutet, wir kriegen ihr Geld und ihre Bögen. Und Schleifsteine. Salbenfett ist auch nett. Schäbige Kiste. Die wollen, brauchen wir nicht unbedingt jetzt zerlegen. Ich will aber eure Waffen haben. Eine Gemeinheit. Ach so, der hier hat eine. Und hast du auch eine? Nein, du hast nur Pfeile. Ja. So. Heilung. Damit wir schneller wieder hoch sind. Beilsam, Salabunde. Ich habe so das Gefühl. Astralenergie regeneriert sich schneller als die Lebenspunkte. Balsam, Salabunde. Ah, du bist eine Handwerkskiste. Die können wir öffnen mit Telekinese, so wie das aussieht. Ja. So. Verschossene Schatzruhe. Weiß. Gut. Ist verschlossen. Ah, okay. Das müssen wir uns merken, dass hier eine Schatztruhe ist. Willmonte. Helles Pferdokker brauchen wir nicht. Falle entschärfen sollten wir aber. Warum auch immer hier hinter dem Zelt eine Falle steht. Wir scheinen ja außer den Einbären, die ich mal schnell pflücke, nicht wirklich was zu sein. So, gleich mal wieder ein Klicksafe machen und die Joruga einsacken. Dann gucken wir uns hier weiter um. Und wir noch ein Lager finden. Hier sind es schon mal Wölfe. Ich mag eigentlich keine Wölfe töten. Aber wir müssen die drei jetzt leider dran glauben. Wolfspfoten. Noch eine Wolfspfote. Theoretisch müsste ich von jedem Wolf vier Wolfspfoten kriegen. Also bin ich neuerdings im World of Warcraft. Nein, der wird zwar mies, ich weiß. So. Wieder Riesenpilze. Schnellreisepunkt westlicher Wald. Hm. Einbären auf jeden Fall. An den Folgen gerade hängen bleibt. Dunkler Spalt. Also das klingt ja nicht gerade sehr einladend, aber wir gehen mal durch. Auch Linwurz braucht man nicht. Dunkler Spalt. Wo führst du uns hin? Du führst uns einfach durch ins verborgene Tal. Zu zwei Schwarzbären. Die meiden wir mal kurz. Die Schwarzbären. Hallo, Ork-Lager Nummer zwei. Was ist da? Ein Ork. Ork-Kinder halt. Aua, das ist ja gemein, du Fiesling. Aua, das ist ja gemein, du Fiesling. Und der eine hat es wohl direkt auf mich, nicht auf Pfeilriss abgesehen. Und der andere direkt in den Nacktkampf mit mir. So, und da ist es nur noch ein einziger Ort. So, ich heile mal. Also ich verarzt die Wunden. Auch die vom Pfeilriss. Na ja, etwas näher rangehen. Gut. Aus irgendeinem Grund geht das Kämpfen nicht weg. Hm. Pfeile und alles. Und da ist ein noch viel größeres Ork-Lager. Mit einem Ork-Schaman. Noch mehr Orks. Und ein Ork-Anführer. Ork-Anführer ist Forkungs-Spezialität. Wolf, Zunderschwamm, Ork-Spezialität. 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 Okay, du hättest der Geister-Magier. So ähnlich. Ork-Spezialität. Ork-Spezialität. Ork-Spezialität und Zwerg-Jode dürften ja ein bisschen Ethik-Kreis miteinander haben. Äh. Da kommt ein Ogre. Da hinten stehen noch zwei Ogre. Pfeilriss, Heidumel, Forkrim. Ah, du machst den Ork-Tot. Hilfe, 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 Hilfe. Schieß gleich zweimal auf ihn. Um So, es ist Kurt. Aua, wie konnte der mich von da aus Obleffen. Oh. Oh!